Vor zehn Tagen ging eine Frau ins Wasser. Ich hab sie gesehen. Ich wollte sie retten, aber mein Freund hatte Angst. Wir hatten beide Angst. Die Feigheit hielt uns auf dem Trockenen. Vielleicht hat sie auch keine Papiere. Sie kann gar nicht sagen, was passiert ist. Ohne Papiere. Halten Sie uns fest, dann wären wir illegal zu dritt. Wir sagen was Falsches und hauen ab. Gut, schnell sein und schlau. Genau. Wo ist sie? Ich sehe sie nicht mehr. Ich sehe sie nicht mehr. Da wenn. Ich sehe sie nicht mehr. Was? Wo? Das ist nur Schaum. Hallo! Mama! Wir haben doch nur ein Zimmer. Ich brauche eine Ansprache. Eine Ansprache. Ich bin auch ein Mensch. Ja, Mama, du bist auch ein Mensch. Sie kommt aus dem Wasser jede Nacht. Ja, wir wären alle gerne unschuldig. Ich will, dass die Bilder aufhören. Dass die Vormann aufhören. Die Figuren, die Menschen, die Tiere aufhören. Ich will, dass die Vormann 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 aufhören. Und pflucke dich in der Frut. Ich will, dass die Vormann aufhören. 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 Ich will, dass die Vormann aufhören.